Hallöchen, da sind wir wieder, wieder ein Allpick, jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Bash erscheint tatsächlich nicht auf Troll zu funktionieren. Ja, guck mal, MMR. Ähm. 5 Sekunden, hurry, hurry. Hm. Okay, let's... Schreie. Hm. Schaut aber gerade noch mal gucken, Skull Basher. Hm. Wieder X. Wollen wir X-Countern? Versuchen wir es. Bash, Bash, Bash. Was hat noch Bash? Warum kriege ich denn schon mal wieder eine Nachricht? Nachricht, Nachricht, Nachricht. Ähm. Mini Bash. So, mit B schreiben. Mini Bash. I can keep my Mini Bash. Bash. Let's go Bash. Missed. Mini Bash gibt es noch als Fähigkeit. Jetzt gibt es Mini. Mini Stun. 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 Bash modifier. Ja. Ja. Na. Okay. Kann ich mir einen Becher sparen. Das wird ärgerlich. Das ist ärgerlich, dass es doch nicht funktioniert. Okay. Kein Bash auf Troll. Shit. Das war so ne schöne Idee. Ansonsten, das wird noch gehen. Slow wird gut helfen. Oder eben noch mehr Angriffsgeschwindigkeit. Juggernaut. Hm. 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 Tjaaracai. I hear sniveling. G L H F L 2 P B E M P O B G Y N 3 D P D B 1 D 90. Ah, Mann. Blink. Ich denke mal, der Crit wäre schon nicht schlecht. Ich wollte nur mit der Blademeil aufpassen. Okay, spätestens jetzt. Ah, scheiße, Mann. Oh, 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 Mann. Der Medi-Kreak DANGIT Schade, dass ich ihn nicht bekommen habe. Aber hey, was soll's. Okay. Okay. Schuert. Dang it. Come on. So I shouldn't clear it should become, okay. I hate warms me. I hear of dying. It's not the size of plants that... Woo hoo 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 hoo. So... Yes. Axe. Don't run. Wow, 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 wow. Sky is here. Why is Sky here? My Axe is first. My Axe is first. He's came up to drive. I hear Skibling. Okay. Sky is Unterstützung jetzt. Das wird ekelhaft. My Axe is first. Hey, get in the world. Dang it, man. Ah. Ah, ne. Ich stehe jetzt ja da. Axe is on the way. Okay. Drei. Drei. Ach, Level drei. Drei. Wow. A tribute to my house. I live to fight. Hm. Faster, faster. Hm. 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 Mangoes hat er. Okay. Lass ihn sie doch... Dann lass ihn die doch verbrauchen. Oh. Das ist sehr schön. Müssen wir nur aufpassen. Dass wir die nicht, äh... Gleich verlieren. Oh, wir haben eigentlich keinen, der so schnell... Hm. So schnell ist jetzt nichts mit was anderem töten. Ein bisschen ärgerlich. Ein bisschen ärgerlich. Hm. Okay. 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 Da kann ich noch nicht ran. Ich kann vielleicht noch versuchen es zu stacken. Keine Möglichkeit, aber... Oh shit. Oh. 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 Oh fuck man. Beinahe ich den Kurier bekommen. So. Hm. Es könnte doch eine 13 Minuten Battle Fury werden. Oh man. Dann bin ich Glück. Oh shit man. Hoffentlich haben sie nicht unseren. Stimmt ja, wir haben Abaddon. Oh man. 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 Ich warte jetzt nach Ewigkeiten drauf, vielleicht mein blödes Deck da machen kann. Ja normal sind es ja auch 15 Minuten für die Battle Fury, wenn man die Boots vorher holt. Ärgerlich. Die hat doch sonst immer einen komplett grottigen Support gespielt. Wie kommt sie denn jetzt auf einmal auf mit? Die war doch mal eine ganze Zeit lang mit Maiden beschäftigt. Was ist das denn mit Schack? Hops. Ja ne, da bin ich nicht mehr Jungs. Darüber will ich grad nicht. Aber 10 Juggernaut. Jetzt dürfte er mich nicht sehen, wenn er... Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Shit, man. Ah, man kann nicht alles gleichzeitig managen. Shit. Aber meine 15 Minuten Battle Fury... Ziemlich real. Ich bin mal direkt da hingegangen. Dann hätten sie den Angriff vielleicht gar nicht versucht. Dann, du weißt ja was. keine Battle Fury, oder? Ich glaub der baut gar keiner. Ich glaub der baut gar keiner. Noch dürfte er seine Ulti nicht haben. So. Hm. Ich hab den meisten Schaden gemacht, also reg dich mal nicht auf. Okay. Was die nächste Creepwave? Das ist die nächste Creepwave. Hm. 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 Okay. 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 Und das habe ich vielleicht nicht hier verwendet. Hm. Kommt davon, wenn man noch keinen Lebensraub hat. Schade. Okay, okay. Hm, in 20 werden die einen pushen, das Problem ist halt nur, PA hat nichts weiter, er hat nur einen blinken. X. Oh, 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 oh. Verdammte Axt. Fuck. Mal ausgleichen da keine Vision. You've accidentally destroyed the enemy's fucking tower. Diacerals are fortified. Hm, okay. Hat nicht geklappt. Sorry, aber ich muss gerade mal hier die Invasion verhindern. Okay. Ah, scheiße. Ah, das ist ja genau der Punkt, wo du eben dazwischen stehst, weißt du? Das ist einfach... Steht mal eben genau dazwischen, dass man die jetzt bekommt oder nicht. Negma hat Blink. Wow. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Was Jack macht. Trolling for victim. Ich bin nicht ganz sicher. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist ein Yasha. Okay. Okay. Haben wir es jetzt aufgegeben? Hm. Hm. Huhhehhehhehhehhehheh. Essigungsreduzierung von der, okay. So wenig. Hm. Hm. Oh, shit, man. Okay. Okay. Hm. 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 Ja, wollte wohl jemand schon das Spiel schnell beenden. Siegel, siegel, sechs. Jung oder immer. Eieiiei. 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 Wann haben wir denn, 11 Uhr? Boah. Doch einmal denselben. Okay. Ok, da hat er den Kauper verlassen. Die Misse. Ja, ganzen Counter sind... Das Spiel müsste halt länger als 27 gehen. Noch einfacher als... Juggernaut... Axe... PA? Gibt nicht mehr viel mehr. Einfacher. Aber mit 7 immer nur die zweitmeisten Kills. Was macht denn, dass sie so... So eine harte Mitte ist? Hm. Shark, Axe und Sky. Hm. So, ich hab mir Mühe gegeben. Aber mit den ganzen Kills kann ich nicht mithalten. Definitiv nicht. Ich mein, ich hab halt echt... Bombige Leistung gehabt, aber... Dieser ist nicht bereit. Ok. Was krabbelt denn hier alles? Ich steh mich ja fliegen. So. So. Ok. 6000. Hier nicht optimal. Aber jetzt wär's langsam mit dem Shadow Blade gekommen... Dass ich... Ähm... Hätte... Fertig mal gekürzt. Aber dieser muss ja wenden. Jo. Der macht sich auch vom Acker. Alles klar. Achso. Dann hier. Steht das nicht irgendwo? Ja. Da. Ja. 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 Da. 1, 2, 3, aha. So sah das bei mir auch mal aus. Mal. Ok. Jack George. 525. Ja, aber es ist auch mal gut, dass meine Gruppen MMA hochgeht. Das ist definitiv kein Fehler. Definitiv nicht. Na gut. Was soll's? Geht mal in die nächste Runde, hm? Bestein. Ciao. Ciao. Ciao.